Guck mal, Papa, eine Frau mit Bart. Nein, mein Kind, das ist doch keine Frau. Das ist ein Araber, der etwas kaufen möchte. Ach so. Mein Kind, was ist denn los? Du hast ja ganz nasse Füße. Wieso gehst du nicht nach Hause und ziehst dir was Warmes an? Oder hast du kein Zuhause? Kannst du uns verstehen? Vielleicht ist sie ja gar nicht von hier und weiß nicht, wo ihre Eltern sind. Armes Mädchen. Warum steht sie denn an der Pfütze? Bestimmt versteht sie unsere Sprache nicht und will uns damit zeigen, dass sie Hilfe braucht. Und nun? Wir können sie nicht hier stehen lassen, wir sollten die Polizei rufen. Reingelegt! Sie schon wieder! Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020